Willkommen, meine Damen und Herren, zur neuen Ausgabe des Wirtschaftsbarometers der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Wie immer geht es um die Stimmung in der mittelständischen Wirtschaft in den Unternehmen im Kreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, in der Region Kamenz und in den Städten Dresden und Hoyerswerda. Zudem ist dieses Wirtschaftsbarometer ganz speziell der Frage nachgegangen, sind es schwierige Zeiten für Existenzgründer, zunächst aber zur Stimmung im Mittelstand ganz allgemein. Die Stimmungskurve der Firmen steigt weiter an. Verglichen mit den guten Werten zum Jahresbeginn ist die Zufriedenheit der Mittelständler im zweiten Quartal leicht gestiegen. 76 Prozent der hiesigen Unternehmen bezeichnen ihre wirtschaftliche Situation derzeit als gut oder sehr gut. Im Februar 2012 waren es 74 Prozent. Die negativen Anschätzungen mit den Aussagen schlecht oder sehr schlecht umfassen derzeit 19 Prozent. Im Branchenvergleich überwiegt die positive Stimmung mit über 80 Prozent vor allem in der Industrie und im Baugewerbe sowie im Handwerk. Handel sowie Tourismus und Gastgewerbe sind etwas zurückhaltender, circa 70 Prozent. Nun zum Thema Existenzgründung. Das Wirtschaftsbarometer hat ermittelt, dass der Schritt in die Selbstständigkeit derzeit schwerer fällt. Auch die Prognose der Deutschen Industrie- und Handelskammer, die IAK, ist ernüchternd. Die Zahl der Existenzgründungen wird 2012 auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung sinken, sagt die Kammer voraus. Was auch an der guten Arbeitsmarktlage liegt, die Neugründungen weniger attraktiv erscheinen lässt. Wie aber bewerten die ostsächsischen Unternehmer das aktuelle Klima für einen Start in die Selbstständigkeit? Die Meinungen halten sich die Waage. 48 Prozent der befragten Geschäftsführer und Firmeninhaber würden heute kein Unternehmen mehr gründen. Dagegen würden 45 Prozent den Schritt in die Selbstständigkeit erneut gehen. Auch im Branchenvergleich gibt es Unterschiede. In der Industrie und im Baugewerbe spricht sich mehr als die Hälfte der Befragten für eine Existenzgründung aus. Skeptischer ist der Handel mit nur 35 Prozent Befürwortung. Was bringt eine Existenzgründung auch derzeit? Bei der Frage nach den Vorteilen einer Selbstständigkeit betonen die Befragten vor allem die Möglichkeit, der eigene Chef zu sein. 39 Prozent. Und die Chance, eigene Ideen zu verwirklichen. 32 Prozent. Nur ein kleiner Teil der Befragten sieht in Existenzgründungen ein geeignetes Mittel, um eine drohende oder bestehende Erwerbslosigkeit abzuwenden. Das sind nur 14 Prozent. Ein höheres Einkommen durch eine selbstständige Tätigkeit hält jeder zehnte Befragte für realistisch. Gleichzeitig gilt… Vor allem der finanzielle Aspekt dämpft derzeit das Gründungsinteresse. Vermutet etwas mehr als die Hälfte der hiesigen Mittelständler. Aber auch die politischen Rahmenbedingungen wirken sich nach Ansicht der Befragten negativ auf den unternehmerischen Pioniergeist aus. 41 Prozent machen unter anderem unzureichende Förderangebote und hohe bürokratische Hürden für die derzeitige Situation mitverantwortlich. 38 Prozent gehen davon aus, dass sich das Sicherheitsbedürfnis potenzieller Gründer infolge der Finanzkrise noch verstärkt hat. Der Preisdruck durch Billiganbieter führt ebenfalls zur Zurückhaltung bei Neugründungen, sagt gut ein Drittel der Befragten. Das Wirtschaftsbarometer ist auch der Frage nachgegangen, wie es um das Ansehen gerade gegründeter Unternehmen bestellt ist. Der größte Teil der Mittelständler hat gegenüber Start-up-Firmen keinerlei Vorbehalter und würde in jedem Fall mit ihnen Geschäfte machen. 44 Prozent. Ein Drittel der Befragten achtet bei einer Zusammenarbeit darüber hinaus auf die jeweilige Rechtsform. Damit sind insgesamt 77 Prozent der hiesigen Mittelständler offen für eine Partnerschaft mit jungen Unternehmen. Ein ganz wichtiger Aspekt, der bei alledem gilt, ist, Existenzgründer sollten bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit am besten mit der Sparkasse zusammenarbeiten. Das rät ein Drittel der ostsächsischen Mittelständler. Auf Platz zwei im Vertrauensranking folgen die Volks- und Reifeisenbanken mit 28 Prozent. Privat- und Direktbanken würden nur 10 beziehungsweise 4 Prozent der Befragten als Finanzpartner empfehlen. Die unangefochtene Spitzenposition nimmt die Sparkasse auch im Urteil der großen Unternehmen ein. 64 Prozent empfehlen sie als Partner für den Schritt in die Selbstständigkeit. Bleibt zu erwähnen, die vorliegende Umfrage wurde vom Institut für Markt- und Politikforschung DIMAP im Auftrag der Ostsächsischen Sparkasse Dresden durchgeführt. Dafür wurden Mitte Ende Mai insgesamt 200 Inhaber beziehungsweise Geschäftsführer im Geschäftsgebiet der Ostsächsischen Sparkasse Dresden befragt. Besten Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.